Wie springe ich denn da rein zu dem? Okay. Ja, ja. Ich mache die ganze IMC-Ganäle Solo platt. Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Miliz auf dem Planeten Victor. Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten. Shit. Oha. Wo ist denn der Pilot? Sieht aus hier wie Transformers. Wo ist denn der Pilot? Was haben wir denn hier so? Okay, hier haben wir einen Titan, hier haben wir einen Titan. Na? Ich suche erst den Piloten. Sorry, Moment. Ah, du musst aber auch echt immer vorrennen, ne? Okay, da ist noch ein Titan. Blinkziederfassungsmodul geortet, 428 Meter nordöstlich. Meine Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wenn Sie gestatten... Ähm, Moment, was? Moment, was? Hier, das wirklich gut. Wind, drei Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Ey. Vertrauen Sie mir. Wow. Jo. Ich glaube, ich brauche eine frische Unterhose. Für den nächsten Versorgungsabwurf notiert. Richter ist ein Lisk. Ja, nicht hier. So geil, der Junge. Wenn wir den Sender benutzen, halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Flisk out. Wo muss ich eigentlich hin? Kräfte, Richter hier. Zum Sender, los. Nein. Okay. Verstanden. Sulu 1, Kilo 1 Vorrücken. Alpha 2, setzen Sie Soldaten ab. Schnell. Ähm. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Wow. So. Uh, was haben wir denn hier? Ist das eine Anti-Thython-Waffe? Probieren wir es einfach mal. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Echt gute Frage. Wie komme ich jetzt da weiter rüber? Ähm. Wow. Okay, Moment. Jo. Ich muss irgendwie da hoch. Boah, ist das schwer jetzt. Nehmen wir mal das. Nehmen wir mal das. Äh. Weiter geht's nicht. Okay, das heißt, da ist die richtige Richtung. Wenn's nicht weiter geht, ist es immer richtig. IMC-Landungsschiffe nähern sich jeder Position. Wow. Das sieht ja mal. Geil aus. Als hätte das weder hier. Ungetot. Da, 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 da. Guck, guck. Was? WAAAAT? So. Geht euch easy. Stinkst du denn. Was? Von hinten? Okay. Gut, dass sie die gleiche Waffe haben, sonst wäre ich nämlich wohl am Popo. Ach, die kann ich hacken. Ich dachte, das kann ich mit allen machen. So. Ähm, Leute. Äh, auch das noch. Ey, ich will das benutzen. What? What? Ey, uncool. Okay. Gut, gut. Wow, wow, wow. Mooney. Euhm. Boah. Boah. So. Läuft. Und los. Bye-bye. Bye. Ja, ja. Dema ist. Wow, wow, wow. Wow. Ich weiß ja noch nicht mal wo ich hin muss, da! Ich muss doch eigentlich da hin! Nein, das krieg ich nicht hin! Wow! Entschuldigung! Kran! So, rüber! Ich hab kaum noch Munition, ich hätte vielleicht mal die Munition da einsammeln sollen. So. Äh, wow. Äh, runter und dann da hin! Genau so. Du wusstest doch. Nein! Ey! Manchmal funktioniert die zweite Düse, manchmal nicht. Oder muss ich hier noch vom dritten Kran hin poppen. Juhu! Muss ich nicht! Also, hier komm ich mir jetzt echt vor wie bei, ähm, wie heißt es? Mirror's Edge. Parcours laufen. Kilo 1 4, Pilotgesichte, der kommt auf euch zu. Bitte bestätigen! Kilo 1 4, hört ihr mich? Bitte kommt, Kilo 1 4! An alle Einheiten! Kilo 1 4 antwortet nicht! Bereit machen für Angriff aus dem Ziel an Sender 4! Verstanden! Sind am Einsatz von Sender 4, Position und Kass bereit! Ähm... Amal dein, bitte! Wow! Wow! Ähm, Leute? Die Knarre! Wuhu Was? Hast du mit mir geredet? Oder warst du das? Ich sagte doch Ich räume euch alle weg So Boah Äh, ja, ja Geil Die gehören jetzt zu mir Die hole ich mir auch Cool Wusste ich ja gar nicht Und ich knall die die ganze Zeit ab Wie so irre Ähm Okay, ich muss jetzt An die Schüssel ran Aber wie? Ein Kran Ja, also Ab da hoch Ähm Wuppa Wupp Wupp Und Ey Achso, Scheibe Scheibe Ja, ich muss jetzt Das Wuppe Ja, ich muss jetzt Wuppe Ja, ich muss jetzt